Die Frage ist nur, wo ist doch... Wir könnten eine Spur aus Würstchen in eine große Hundehütte legen. Sobald er reingeht, sperren wir ihn ein und werfen ihn in einen Vulkan. April, melde dich, bist du da? Meine süße Chinchilla. Gibt es Zeichen von den bösen Jungs? Ich habe gerade Dogpound unterwegs zu Bradfords altem Jojo gesehen. Oh, nur nebenbei. Ich habe die süße Chinchilla-Sache gehört. Also, hört ihr das, Leute? Da ist was auf dem Dach. Metalhead, du fährst. Kommt schon, Tartals. Sehen wir uns das an. Die Foot kommt von allen Seiten. Achtung! Ninja-Betäubung. Cool. Ich bin was. Und, 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 weiter! Zurück auf den Beinen. Krang ist in der Nähe. Krang ist in der Nähe. Voll auf den Krang! Voll auf den Krang! Krang getroffen! Krang sind zurück! Ich bin back. Und weiter. Crank. Crank getroffen. Jungs, wir haben es fast geschafft. Ah, Crank getroffen. Au, blöd. Die Verletzung, die ihr Crank zugefügt habt, nennt man einen Kratzer. Au, blöd. Zurück auf den Beinen. Komm schon, komm schon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020